Es gibt Momente in meinem Leben, da baue ich ein Lego-Set und denke mir dann nur so, wofür habe ich hier gerade mein Geld ausgegeben? Entweder sind es Qualitätsprobleme, es war ein Impulskauf, oder das, was Lego im Karton liefert, entspricht einfach nicht der UVP, die sie dafür haben wollen. Deshalb habe ich mir heute mal eine Top-Ten-Liste zusammengestellt aus den Sets, die ich nicht nochmal kaufen würde. Das ist natürlich nur meine subjektive Meinung. Ihr könnt da natürlich eine andere haben, lasst es mich dann gerne in den Kommentaren wissen. Würde mich natürlich interessieren. Starten wir los mit dem Platz Nummer 10, dem Hogwarts Express. Jetzt gerade erst herausgekommen, ein riesiges Set, welches meine Erwartungen absolut nicht getroffen hat. Es sind zwar einige coole Minifiguren mit dabei, die sind auch fast alle exklusiv in diesem Set, weil sie neue Prints oder leichte Veränderungen im Vergleich zu anderen Sets haben. Und wenn man es so von etwas weiter weg anschaut, dann sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Aber man muss halt im Hinterkopf behalten, dass dieses Teil nur bei Lego direkt bis jetzt verkauft wird. Eine UVP von 500 Euro hat und damit das teuerste Harry Potter Set aller Zeiten ist. Und für mich muss es sich dann einfach auch mit dem großen Schloss Hogwarts vergleichen. Und das ist halt einfach bautechnisch spannender, abwechslungsreicher. Dazu war das Set für mich als Zugfan auch ein Schlag ins Gesicht, weil ich möchte meine Züge natürlich gerne fahren lassen, die ich kaufe. Diesen Zug kann man allerdings nicht auf normale Schienen draufstellen und dementsprechend auch nicht damit durch die Gegend fahren. Es ist halt als Displaymodell gemacht worden. Dafür sieht der Express dann aber noch nicht mal sonderlich gut aus. Es fehlen kleinere Details und das Rot ist für mich auch zu knallig. Platz Nummer 9 geht an ein älteres Technik Set und zwar den mobilen Baukran. Versteht mich nicht falsch, der ist schon sehr imposant, wenn man den so vor sich stehen hat. Wenn der Kran dann ausgefahren ist, kann man auch alles mit Hilfe von einem Motor machen, der dann hinten eingebaut ist. Drei von den vier Funktionen, die man damit auslösen kann, funktionieren auch wirklich gut. Wo bei mir dann die Probleme gewesen sind und ich bin da nicht der Einzige gewesen, wenn man ein paar Forumseinträgen im Internet folgt. Das war bei der Funktion von diesen Stützfüßen, die sich dann unten ausfahren lassen. Der Motor hatte einfach nicht genug Power, um die dann herauszufahren. Dementsprechend musste ich da immer mit der Hand nachhelfen und es hat halt einfach nicht funktioniert. Klar kann man jetzt sagen, da war ein Baufehler von mir. Ich habe das ganze Teil aber damals nochmal auseinandergenommen. Ich habe dann Fotos gemacht und dem Lego Kundenservice geschickt. Ich habe die Batterien ausgetauscht und das hat alles nichts geholfen. Vielleicht habe ich irgendwie eine falsche Charge gehabt und die Zahnräder waren zu eng. Ich als jungen Fan hat es aber damals trotzdem sehr gefuchst, weil ich wirklich lange auf dieses Set gespart habe. 200 Euro hat das damals zum Listenpreis gekostet. Platz Nummer 8 ist kein spezifisches Set, aber vielleicht auch ein Tipp für den einen oder anderen, wenn man darüber nachdenkt, in die Modular Building Reihe einzusteigen. Ich hatte damals ein einziges Modular Building am Anfang. Das Ding ist, so ein einzelnes Modular Building, das ist spaßig aufzubauen. Man hat auch eine interessante Fassade von vorne. Man muss allerdings dann auch dementsprechend noch Häuser rechts und links von diesem Haus haben, damit es halt nicht so einsam aussieht und man nicht die leere Mauer an den Seiten hat. Und wenn man dieses Set in eine eigene Lego City integrieren möchte, dann müssen die anderen Gebäude in der Lego City natürlich auch so groß und hoch sein, dass sie mit dem Modular Building mithalten können. Bei uns war das damals nicht der Fall. Dafür würde ich dann eher solche Sets wie den Fahrradladen mit Kaffee empfehlen. Die sind dann ein bisschen kleiner und eher dafür gedacht, sie zum Spielen auch zu benutzen. Auf dem nächsten Platz habe ich direkt eine Gruppierung von Sets und zwar den Brick Heads. Versteht mich nicht falsch, da sind einige wirklich coole Modelle mit dabei und ich habe auch schon viele davon gekauft. Damit kommen wir aber auch direkt zum Problem. Es sind einerseits einfach wirklich zu viele. Es gab mal eine Zeit lang, da wurde man überflutet mit Brick Heads und wenn die dann 20 Euro beziehungsweise 10 Euro pro Stück kosten, dann geht das richtig ins Geld. Und dazu hat man, so fühlt es sich zumindest an, wenn man einen Brick Heads gebaut hat, eigentlich schon alle gebaut, weil die Grundstruktur bei den meisten eigentlich identisch ist. Die Folge daraus war, dass ich zwar die Sets gekauft, aber nie aufgebaut habe und dann hatte ich diese ganzen Kartons bei mir zu Hause rumstehen, nur damit ich sie halt sammeln konnte, bis ich dann irgendwann gesagt habe, nee, die Themenreihe sammle ich jetzt nicht mehr und kaufe keine weiteren Sets davon. Platz Nummer 6 geht an den Loop Coaster. An sich ist das eine nette Idee gewesen, was Lego hier gemacht hat. Man setzt dort unten seine Achterbahn herein, die wird dann von einem Aufzug nach oben transportiert. Kann man auch noch motorisieren, dann muss man nicht kurbeln. Und dann geht der Aufzug hier um die Kurve, zack, stürzt in die Tiefe und fährt durch zwei Loopings durch. Wo es allerdings hapert, das ist an der Umsetzung von diesem Aufzug. Da muss man wirklich schon sehr fest drücken und nicht der Anleitung folgen, denn in der Anleitung wird ein Kettenglied zu viel an diesen Aufzug gemacht. Der hackert dann, wenn man das genauso macht, wie das in der Anleitung ist, dann muss man ein Kettenglied weglassen. Dazu muss dieser große Stützfuß, den ihr hier sehen könnt, genau senkrecht stehen. Aufgrund von dem Flex, den die Teile haben, ist es aber fast nicht möglich. Und deshalb kann es immer mal wieder sein, dass irgendwie was abstürzt oder runterfällt und die Bahn nicht durchgängig läuft, wenn man jetzt nicht explizit darauf achtet. Das ist halt einfach ein Manko, das hätte Lego auch erkennen müssen beim Testen, meiner Meinung nach. Weiter geht es mit dem baubaren Iron Man aus der Marvel-Reihe. Der ist für 30 Euro erschienen und dann konnte man sich halt so eine Art Bionicle-Figur, die aber gar keine Bionicle-Figur ist, sondern immer noch mit Systemsteinen gebaut wurde, zusammenstecken. Hatte auch nur einen bedruckten Kopf oben drauf und dazu gab es noch eine Display-Plakette, die dann daneben stand. Meine erste Sache bei dieser Figur ist, dass sie einfach nicht so gut aussieht und die weiteren baubaren Figuren, die jetzt noch zum Sammeln herausgekommen sind, haben auch keine Plakette dabei. Das heißt, wenn man jetzt den Iron Man hat, den mit Plakette bei sich zu Hause hinstellt und die anderen drei dann auch daneben stellt, dann haben die keine Plakette. Das triggert meinen inneren Monk dann schon etwas. Ich will vor jeder Figur eine Plakette haben. Platz 4 geht an das UCS Gunship aus 2021. Für 350 Euro ist es erschienen. Inzwischen ist es nochmal 50 Euro teurer geworden und es ist einfach riesengroß. Und ich frage mich, wer wollte denn ein so riesiges Gunship haben? Das Teil passt auch bei mir wieder nirgends wohin. Es ist nicht im Minifiguren-Maßstab, es ist wesentlich größer. Dazu kommt halt, wenn es so groß ist, dann wird das Set auch super teuer. Die Zielgruppe der Prequels ist tendenziell etwas jünger und hat deshalb tendenziell auch nicht ganz so viel Budget wie eine ältere Zielgruppe. Warum konnte man dieses Set dann nicht als 200 Euro UCS-Set im Minifiguren-Maßstab machen? Das ist nämlich eine Enttäuschung und deshalb hier auf dieser Liste. Noch mehr enttäuscht hat mich aber das nächste Set und das ist der große Black Panther. Also ich traue mich das jetzt fast nicht zu sagen, aber für diesen Kasten möchte Lego gerne 350 Euro haben. Das ist wahnsinnig viel. Das ist ein Teilepreis von weit über 10 Cent. Es ist in diesem Set keine einzige Minifigur oder sonst was, was diesen erhöhten Teilepreis erklären würde dabei. Und noch dazu sieht dieses Teil einfach nicht gut aus. Beim Bauen hatte ich nicht wirklich viel Spaß. Man baut vorne zweimal diese Hände. Der Helm ist auch relativ langweilig, weil man viele Elemente zweimal spiegelverkehrt baut. Ich habe jetzt zum Release auch mal mit Lego Store Mitarbeitern gesprochen und die haben alle berichtet, dass sich das Set eigentlich gar nicht verkauft hat. Platz Nummer 2 geht an die Winkelgasse. Versteht mich nicht falsch, das Set ist eigentlich gar nicht so schlecht. Es sind viele coole Minifiguren mit dabei. Es ist auch relativ abwechslungsreich, diese einzelnen Gebäude zu bauen. Die sind alle von hinten offen. Und wenn ihr die Winkelgasse vor euch habt, dann ist die auch tatsächlich über einen Meter lang. Da braucht man natürlich auch den Platz für. Was mich an der Winkelgasse stört, ist, dass hier halt sehr, sehr viel fehlt. Es fehlt Gringotts, es fehlt die Nocturngasse, einige Minifiguren. Und ich weiß nicht, warum Lego das einfach ignoriert, aber es sieht aktuell auch nicht danach aus, als ob noch mal eine Erweiterung dafür kommt. Deshalb habe ich es bei mir auch nicht ausgestellt, sondern einfach nur in der Kiste gelagert. Platz Nummer 1 geht aber direkt an eine ganze Themenreihe, die ich definitiv nicht wieder anrühren werde. Das sind die Brick Sketches. Da baut man mit so ein paar Cutplates so eine Art Leinwand auf, auf der dann Superhelden und andere Figuren dargestellt werden. Und dann stellt man hinten so einen Klappfuß aus und stellt sich das ins Regal. Das Beste ist, dafür möchte Lego dann gerne 20 Euro haben. Je nach Motiv. Es gibt auch noch mal günstigere. Das ist für mich einfach so uninteressant. Und ich muss sagen, dass sie teilweise auch noch nicht mal wirklich gut aussehen, dass ich sie hier auf die Platz Nummer 1 gepackt habe. Aber wenn euch noch mehr Top 10 Rankings interessieren, dann findet ihr hier eine komplette Playlist und direkt noch ein Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.